All das, was du in diesen Menschen gesteckt hast, das ist auch investiert, okay, hast du reingesteckt in die Zeit, in die Jahre. Aber die Frage ist doch, wie geht es dir jetzt damit? Ich meine nicht damit, hey, kündige alle Freundschaften, okay, aber geh offen auf diese Menschen zu und sag, was du fühlst.